Wo kommt eigentlich dieses DevOps her? Irgendjemand muss das erfunden haben? Ich glaube, das schauen wir jetzt gleich mal an. Herzlich willkommen zur Vorlesung DevOps. Heute 1.2. Historie. Eine Konvergenz der Macht. Bevor wir in das Thema einsteigen, wie immer ein Lernziel. Heute sollen Sie den Ursprung der DevOps-Bewegung kennenlernen und die Konvergenz von DevOps verstehen. Der Ursprung von DevOps. Wo kommt DevOps eigentlich her? Diese Frage wollen wir heute beantworten. DevOps wurde nicht einfach erfunden, sondern basiert auf mehreren Ansätzen, wie Lean, der Theory of Constraints, dem Toyota Production System, Resilience Engineering, firmenweiten Lernen, einer ausgeprägten Sicherheitskultur, zahlreichen menschlichen Aspekten und natürlich agilen Methoden. Auf die einzelnen Begriffe werden wir im Verlauf der gesamten Vorlesung später eingehen. Für heute lernen wir einige der relevantesten Aspekte kennen, die zu DevOps geführt haben. Die Lean-Bewegung hat ihren Ursprung im Toyota Production System, das in den 1980ern bei Toyota begründet wurde. Einige Elemente sind darin Value Stream Mapping zur Analyse von Zeitverlusten innerhalb einer Wertschöpfungskette, Kanban-Boards zur Organisation und Visualisierung von Arbeitsabläufen, dem Total Productive Maintenance Ansatz, also einem Programm zur kontinuierlichen Verbesserung in allen möglichen Bereichen eines Unternehmens, als auch dem Just-in-Time-Konzept, in dem nur so viel hergestellt oder bestellt wird, wie gerade benötigt wird. Der Vollständigkeit halber seien außerdem Jidoka als auch Kaizen als zentrale philosophische Ansätze innerhalb des Systems genannt. Auch die besprechen wir später in der Vorlesung genauer. In der Lean-Bewegung gibt es zwei maßgebliche Grundsätze. Zum einen werden Durchlaufzeiten als bestes Maß für Kunden- als auch Mitarbeiterzufriedenheit angesehen und dass die beste Voraussetzung für kurze Durchlaufzeiten möglichst kleine Arbeitspakete sind. Zusammengefasst verfolgt also der Lean-Ansatz, möglichst schlanke Prozesse zu schaffen. Das Agile Manifesto wurde 2001 von 17 führenden Köpfen der Softwareentwicklung begründet. Das Agile Manifesto umfasst einen schlanken Satz von Werten und Prinzipien. Dazu gehören zum Beispiel die regelmäßige Auslieferung von Software-Inkrementen, wobei kleine und kurze Zeiträume zu bevorzugen sind. Aber auch basieren die Prinzipien auf kleinen motivierenden Teams mit einem vertrauensbasierten Management-Stil. Insgesamt gibt es zwölf Prinzipien, die in dem Agile Manifesto festgehalten sind. Viele Entscheidungsmomente in der DevOps-Bewegung hängen stark mit der Agile Community zusammen und haben auf entsprechenden Konferenzen in diesem Umfeld stattgefunden. 2008 stellte Patrick Desbois erstmals auf der Agile Conference den Ansatz von agilen Prinzipien oder die Anwendung von agilen Prinzipien auf Infrastruktur vor. Ein Jahr später stellten John Osborne, damals bei Yahoo, und Paul Hammond auf der Riley Velocity-Konferenz vor, die bei Flickr Entwicklung und Betrieb die gleichen Ziele verfolgt hatten. Hier sei an der Stelle auf die erste Einheit verwiesen. In der haben wir nämlich über den sogenannten zentralen chronischen Konflikt gesprochen, der hier zugrunde liegt, also das Entgegenwirken von Entwicklung und Betrieb. Schon Jahre zuvor hatten Jeff Humble und David Farley das Konzept vorgestellt, wie sich auf Basis automatisierten Builds, Tests und Continuous Integration sicherstellen lässt, dass sich Code immer in einem auslieferbaren Zustand befindet und sich in die Produktivumgebung transportieren lässt, beziehungsweise in die Produktivumgebung transportiert werden kann. Hierin liegen die Ideen rund um Continuous Delivery und Deployment Pipelines begründet. Hier gab es übrigens zahlreiche parallele, meist unabhängige Entwicklungen, die wir hier aber nicht alle besprechen können, eben das gleiche Problem adressiert hatten. 2009 beschrieb letztendlich Mike Rother in seinem Buch die Kata des Weltmarktführers Toyota Erfolgsmethoden, das Fehlen des Verbesserungsprozesses im Lean-Ansatz. Gerade der Verbesserungsprozess hatte Toyota jedoch so weit gebracht und basiert auf dem Definieren von gewünschten Zuständen, dem Setzen von wöchentlichen Zielen und der fortwährenden Verbesserung der Arbeit. Zusammengefasst lässt sich also sagen, der DevOps-Ansatz ist nicht einfach so entstanden und wurde auch nicht erfunden. Zahlreiche Bewegungen konvergierten über einen längeren Zeitraum in eine ähnliche Richtung und die Entwicklung von DevOps hat sich über Jahre hinweggezogen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren, in den Twitter oder im Discord. Falls ihr spezielle Themen hören wollt, lasst es mich gerne in den Discord. Oder besucht mich einfach im Livestream.